ja hallo mein lieben passfreude wer jetzt neu eingeschaltet eben waren wir schon mal live hat nicht geklappt mit der live benachrichtigung bei youtube aber ich grüße noch mal alle meine passfreunde zum live stream hier 1000 abos special von chris cross und der gesamten ja einige sind schon am start leute das ist einfach zu nah ist joker ist am start hier immerhin da geschlafen wir haben hier wie gesagt die pl am start das ist hier hört einer der mitglieder einer der gründer der pl janemann ist am start ja wir müssen manchmal das licht vielleicht so ein bisschen nach hinten einstellen hier sind die leute ich hab ihn dabei ist dabei heute wie geil ist das der leute wir wollen jetzt auch noch mal auf die tausend abonnenten anstoß mit meiner ganzen pl erstmal auf die tassen leute jawohl tausend abonnenten sind am start und meine pl war nicht einmal da und hat mich unterstützt so sieht es aus hier hört hört ist derjenige leute hört ist derjenige der zweimal gewonnen hat live im stream als ich die verlosung gemacht habe cdp zwei käffees glaube ich nein die uhr macht die uhr leute da da ist sie kam also auf jeden fall leute ich kann ich jetzt in den chat eingehen heute abend jedes einzelne jede einzelne nachricht vorlesen wer das spiel gegen cjp gleich gewinnen sollte der bekommt auf jeden fall wir haben hier heute richtig geil zum abo special danke gruß geht raus noch mal an konami hier pass käppes t-shirts am start leute richtig geil ihr müsst nur gegen uns gewinnen und die chance ist natürlich größer wenn hier gegen einen von denen aber ich sage ich ganz ehrlich janemann mit null games in pest 2019 hat es lange nicht gezogen 20 games circa 20 games gemacht das heißt die schox ist schon groß für euch dass ihr so ein käppi heute mitnehmen oder ein t-shirt einmal joint reicht ich weiß nicht karsten was was los was los ist bei dir das ist ausrufe den joy und nicht joint ja meine ps freunde was ist los mit cdps volle konzentration hier ihr müsst ihr mal ein bisschen anfeuern oder seid ihr für goldner mann hauts einfach mal in chat rein für wen ihr seid zwei stelle ich hier ist das nice immer weiter goldner mann immer weiter ja danke dir du hast auch gut gespielt ich hatte zweiter halbzeit auch probleme also von sechs toren waren es fünf glücks toren muss ich auch an dieser stelle mal sagen hallo meine pestfreunde was geht ab euch was hat cjp hier zelebriert ey was ist hier denn los ich würde sagen leute wir schnicken jetzt live für euch hier und wer der gegner ist gucken wir dann was machen wir denn also wer gewinnt ist wer verliert ist raus einfach dann wie immer wie immer name könnt ihr können treffer ich schnicky schnick 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 drummer heute premiere janemann ist hier am start pl-member spielt gegen euch interessantes game 0 games bei my club und 0 games bei pest 2019 kann man das durchgehen lassen dafür gewinnt er die kämpfe so ein abgefälschtes ding okay wir machen doch ein feuerzeug draus denn hier feuerzeug gehört hier jetzt schon mal für das abgefälschte ding wir können jetzt nicht zu laut schreien weil sonst aber ich kann die nach wenn ich jetzt gewinne also das kann nicht wahr sein chris tross ist schon wieder raus mann oh mein gott cjp oder cjp oder also wir müssen auch in die kamera schnippen ich kann jetzt nicht zu laut schreien weil sonst aber ich freu mich an machen was wollen wir machen was wollen wir machen zweistellig das gibt zweistellig das ist einfach stark und alter ich hasse aber nicht das ist einfach stark und das ist einfach ich bin bereit ich bin bereit einmal kurz hat marco schreibt chris cjp steppan macht weiter so hey richtig nice move von dir marco danke für die krasse spende alter ich feiere dich komplett sauber vielen vielen dank das ist wahnsinn solche großen spenden das ist einfach unglaublich dass es Leute gibt die das hier so unterstützen also sehr sehr nice dankeschön dankeschön marco feiere ich jetzt tschüss ich feiere das 20 euro schau gib mir noch einen tipp hier die unverdient das war wirklich unverdient das ist so bitter auf gnade mit mir ja was willst du machen Jusuf tschau oder? oh nein der war bitter hey das ist so unverdient Jusuf bitte das sind doch keine Tore die du hier schießt es ist ja kreisliga also man muss echt sagen hört schon mit seinen 20 games leute 20 games hat er bei PES 2019 gemacht da hält er gerade mit einem Champion mit das allerhöchsten respekt hier über die PL alter ist so ja 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 meine festfreude das ist die PL alter da ist Salah da so sieht es aus ja man schau Champion what? Entschuldigung schon mal an diese nachbarn kannst doch mal einfach compared to you JA MEUGOLD WASTE DEIN sculpture NIEUGOLD DIE KANNES DEN FASSE HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA es ist stark es ist einfach stark Hörsch come on Jungs Enter går mache ich rein OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ohhhhhh das ist so schlecht, weißt du ja da hab ich noch nicht mal hingedrückt in der mitte was ist hier los ey Und? 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 Oh, der ist schwach geschossen! Jaaaaaaah! 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 Oh mein Gott, ist das geil! Champion geschlagen, Jusuf! Was willst du machen? Oh mein Gott! Ey, hörtsch, aber lass mal das letzte Mal rumschreien, jetzt mal, du hast das ganze Haus aufgeweckt! Mann, das ganze Dorf ist wach! Schnicksch! Weck mal das Passwort ein bisschen! Ja, klein Pess! Klein Pess, Alter! Klein Pess! Was ist da los? Schnickschlagschnuck! Ciao CJP! Noch mal! Ciao CJP! In den Chat rein! Ciao CJP! Du kannst so wenig! You can't so wenig! 6-0-1-1-2-1 Schnickschlagschnuck! Schnickschlagschnuck! Ahhhh! Das kann doch nicht wahr sein! Mann, was ist denn los hier? Das kann doch nicht wahr sein, dass wir nicht ein Game kriegen hier! Schickschlagschnuck! Schickschlagschnuck! Jaaaa! Jaaaaa! 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 Kompleter Abrechen! Ah, da ist das 1-0! Jaaaaa! Jaaaaa! Janemann, was ist da los? Janemann mit 0 Games in Pess... Ne, mit einem! Ein! Ein Game, eine Niederlage! Aber ich glaube, er hat auch noch nicht so viele Games gemacht! Geiles Game! Danke, Yakuza! Trotzdem, dass du mitgezockt hast! Hast wahrscheinlich das Miclub noch nicht oder den Miclub-Modus noch nicht lange ausprobiert, hast noch kein so gutes Team, das macht sich natürlich dann auch bemerkbar! Leute, also es wäre schon gut, wenn ihr 5-Sterne-Teams am Start habt, dass das ungefähr ausgeglichen ist, aber man muss auch sagen, dass es natürlich an der Qualität des Zockers liegt, Janemann! Danke, danke! Das ist einfach krass! Das Geile ist... Wieso sehe ich aus wie Pietro? Ganz im Ernst, ey! Mach mich mal an, Bruder! Das Geile ist, Jungs, ja, es ist einfach so, jeder bringt zum ersten Date eine Rose mit, aber was bringt Hölsch mit? Einen PESCAPI, Mann! Einen PESCAPI zum ersten Date! Das sieht so richtig aus! Können wir jetzt schnicken oder was? Hier, so ein PESCAPI, willst du mich heiraten? Ja, sofort, Mann! Schnick, schnack, schnack! Woah, alle... Was? Alter! Alle... Das tut richtig weh! Das tut richtig weh! Wie weh tut das? Ja, Oigen, du wirst rasiert, schau! Muss gar nicht anfangen! CJP ist wieder... Ich bin zweistellig! CJP ist wieder am Start, Chris Cross an seinem Abo-Special nicht einmal, was ist da los? Ich muss CJP alles geben! Gibt zweistellig! Komm auf! Ja, also Lida, du musst jetzt immer zugucken hier, dann kriegst du mehr Points und ich kann... Oh mein Gott! Das ist das Tor für CJP! Gegen den Tuss Oldenburg! Oh mein Gott! CJP! Schießt das Tor! Ey! Oigen! Also was seh ich? Das Schüsse aufs Tor! 0-0! Also ich hätt wenigstens einen für die Statistik noch rausgehauen, so aus 30 Meter einfach mal Kreis drücken! Wir sind hier für euch am Start! Jetzt offizielles Game! Es ist einfach sensationell! Gab's so noch nie! Leute, das ist einfach zu krass! CJP gegen Chris Cross zum ersten Mal hier live für euch auf der... also mit Cam Übertragung! Wir haben, wie gesagt, noch nie live im Stream gegeneinander gezockt! Ist natürlich jetzt ein bisschen was anderes hier, weil wir normale Teams spielen! Mit Normalform! Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt bei Arsenal für eine Aufstellung machen soll, ehrlich gesagt! Lass uns zocken! CJP gegen Chris Cross! Premiere hier! Nice game! Agila! Er steckt uns schon sofort durch! Na klar! Na klar! Na klar! Na klar! Da ist er! Da ist er! 1-0! Kriegsmann! Was ist da los?! Er macht ihn eiskalt rein! Erste Schrank! Erstes Tor! Was für ein Anstoß-Bug! Könnt ihr noch so auf Chris Cross tippen! Leute! CJP geht wieder voll steig! Stefan, der einzige, der auf mich tippt! Zaheimann-Freund natürlich auch! Jetzt könnt ihr natürlich wieder tippen jetzt! Ey, was war das wieder für ein Anstoß-Bug hier? Alter, aber ey! Ich laufe eigentlich gut bitte! So klar! Wie kann er den nicht mehr kriegen da? Ja! Dann chipt er einfach rüber! Ja! Starkes Tor! Nicht Leute! Kann man mal machen! Ah, ist das wieder belastend eigentlich jetzt so? Sein ganzes Spiel! Es ist einfach zu nice! Chris Cross schlägt zurück! Bam! Was ist da los, Alter? Cross-Army in den Chat rein, Mann! Cross-Army! Wie kann man so zurückkommen? Was für ein Comeback, Alter! Da bin ich vor, Mann! Was für ein Comeback, Mann! Was ist da los, Alter? Wieso drückst du's weg? Wieso einfach? Das tut mir leid, das war kein Absicht! Mann, wir wollen die Wiederholung laufen lassen, Mann! Das ist Gewohnheit! Das ist einfach schlecht! Gucken wir was deiner machen, ne? Das war keine Absicht, tut mir leid! Das ist Gewohnheit! Also, bei Toren immer Wiederholung anlassen! Danke, Siglippi! Das war jetzt Gewohnheit! Ah, ich spiele mit einem kaputten Pad, sehe ich gerade! Tag gemacht! Nein! So ein Kack-Tor, Mann! Ach, hör auf, Alter! Wieso gehen meine Spieler nicht rauf? Du wolltest die Wiederholung anlassen! Was ist mit dir los? Bist du nervös, oder was? Ja, du wirst einfach Gewohnheit! Ich mach das nie, ey! Kann keiner sehen! Was ist das mit? Was ist das mit? Ja, trotzdem! Ja, trotzdem! Ja, das ist geil! Ich mach den Zocker auch immer Spaß! Kann man später immer noch anschauen, so! Ne! Das ist einfach! Ey, wenn man zu früh feiert hat! Ja! Da ist das Ding drin, Mann! Natürlich! Alter, die Gegensucht! Das ist einfach geil gespielt! Das ist einfach zu nice! Chris Cross ist wieder auf Feier! Ich krieg den nicht weggehauen, ja! Also, auch wegzudrücken! Ja! Ich krieg den natürlich nicht weggehauen, ist klar! Ihr kennt es! Ey, das ist geil, alter Leute! Was für ein Spiel hier zwischen Chris Cross und CJP! Seit wann fallen bei uns vier Tore, alter? Guck mal da, da muss er! Ja, da muss ich schon machen, den ersten, ganz klar! Meine Pressfreude, ganz klar! Helva Krimi zwischen CJP und Chris Cross! Spannender geht's nicht! Unverdient! Ach, unverdient, Alter! Zweiter Halbzeit! Hör auf mit deinen Torschüssen! Ich mal überlegen! Oh! Richtiges Ding! Was ist das für ein Noob, alter? Ja, das ist richtig bitter, weil da kannst du einfach nichts für! Vielleicht aber noch nicht mehr... War nur ganz leicht, eigentlich! Ah! 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 Chris Cross ist wieder dabei! Richtig dreist! Richtig dreist! Der dumme Dembélé, ey! Von Paul! Oh, let's go! Wir chippen ihn in der Mitte! Hey! Oh, jetzt muss ich halten! Was ist das? Jetzt ist Arsenal natürlich unter Druck! Der muss sitzen, ne? Ich muss jetzt halten! Ich halte jetzt A für dich! Ich wusste es! Der wollte so schön! Aber ich hab' nen Trophäe erhalten! Das ist einfach so wichtig! Der Gast hat's erhalten! Ich hab' gewonnen! Jawoll! CJP gewinnt das erste Duell zwischen Chris Cross hier im Elverschießen! War schlecht vor mir, dass ich den letzten in der Mitte setze! Ja, CJP wohnt ein bisschen weiter weg, deswegen... ...und... ...und... Tobias, langes und mein neuer Best-Freund! Danke schön für dein Abo! Richtig nice! Feier' ich! Danke! Der kommt an! Wuuuuh! Noch nicht, der schlenzt den so hart irgendwie! Oh, der ist richtig! Der ist richtig! Der ist richtig! Ja, der kann niemals reingehen! Ja, der kann niemals reingehen! Machen Robin! Ja, gut gemacht, Robin! Aber wie gesagt, das ist Erfahrung! Hey! Oh! Ja! Das ist nice! 2-2, Alter! Für die PES-Elite! Die Lemko-Mana, Alter! Was ist da los, meine PES-Freunde? Boah, das geht doch nicht! Immer weitermachen! Ach, das ist gut geschlagen! Kann man nix sagen! Okay, okay, okay! Ja, er gewinnt das Ding! Robin, herzlichen Glückwunsch! Robin, für dich auf jeden Fall ein PES 2019 T-Shirt! Schreibt mich an! Auf jeden Fall geht an dich raus! Danke, dass ihr zugeschaut habt! Hier beim 1000-Abo-Special der PES-Elite Lemko-Herz! Was sagst du noch als Abschlusswort? Ja, geil! Wie ich gewonnen habe gegen Yusuf nochmal! Danke, Bruder! Danke für die Kirche! Die Nachbarn haben sich gesperrt! Wir müssen leider Feierabend machen! Wir müssen leider Feierabend machen! Die Nachbarn knallen schon unten mit den Türen, Leute! Deswegen, danke fürs Zuschauen! Danke für diesen geilen Stream! Danke für euren Support! Ihr seid die geilsten PES-Freunde, Alter! Wie gesagt, bleibt geil! Zockt viel! Immer weitermachen! Und bis zum nächsten Stream! Oder bis zum nächsten Video! Macht's gut! Hör, ich mach keinen Scheiß hier! Bist online! Bis demnächst, meine PES-Freunde! War ein geiler Stream! Haut rein! Und tschau, Zen! Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Ende Gelände! Macht's gut, meine PES-Freunde! Und tschau!